herzlich willkommen zur heißen schokolade vanille mocha karamellsoßen hasenluss orangen bananen creme schokostruck mit schokostreuzel cappuccino mit zimt oben drauf und das musstest du jetzt aufschreiben ich konnte es mir nicht merken klingt aber lecker ich will sowas probieren speichern hast du vor euch gespeichert warum ich weiß es nicht aber wir haben schon neun stunden spielzeit start ich habe nicht mal eine karte hier für mich schon deswegen spielst du ja gerade handy tutorial auf die es die es ich mir das machen wir nicht los dass wir ein partiers übersehen haben was natürlich was übersehen das sind ganze 22 minuten im ziel verbracht 12 flaschen verwendet ja ich ja ich konnte kaum zocken fünf stellvertretende was eigentlich alle gewollt waren außer dieses eine mal das erste mal das zweite mal da wo ich sie an dieser vorhanden diesen borten kann ja da wurde in dem lkw die fünf gegner drin waren ja ich sag doch du es nicht da platzieren ähm ok da gehe ich wieder das war der falsche knopf nix neues bei dir ich habe im rasthaus gelesen das ist das ist das ist jetzt ja ich sollte meine wecker aufsteigen sonst ja warum wecker ich habe ein paar ich habe vor allem ich kann die ganzen wecker ausstellen weil ich habe jetzt urlaub auf 7 uhr bei uns ist gerade hell und letztes was wir haben wir mehr lange und es ist gerade hell wieder hallo aber mir so was wird auch das nicht gemacht weil ich dann hier am samstag feier hatte doch einmal ja einmal und da waren wir nicht sagen wie so scheiße müde ok ich gehe wieder warum denn auch das licht sehr gut hallo das ist seine vorgehensweise er ist hier der ist aber cool gestorben ich kann aber gerade nicht feststellen er wollte vom dach geworfen nein nein da kommt blut raus vielleicht alles dass er schon eingeschossen wurde er müsste so einen druck haben dass er da wirklich so weit weg fliegt vielleicht weil er ist angeschrieben er wird mit nachfolgen wird und runter geworfen mal dabei ist es auch irritiert mich auf jeden fall ja schon dass nichts neues bei dir ich bin jetzt jungen rufen Was? Deine Zwiebelringe? Hm. Deine Onion Rings. Mhm. Hast du auch Zwiebelringe drin? Ja. Cool. Hallo Kamera. Warum ist die Kamera schlagen? Irgendwie gefällt es mir hier nicht. Was ist das? Und das? Hand. Nee. Hals. Ja. Auge. Nase. Hase. Hast du echt eine Hase? Lili? Das ist eine Kamera dran. Der wird manchmal überall Kamera sein, weil er der Typ hier ist. Siehst du? Hier ist eine Kamera. In jedem Raum. Außer dem. Was ein Durchgang ist. Schublade. Hm? Doch nicht. Schaffende. Äh. Kraut. Da war eine unsichtbare Mauertreppe. Das ist ein... Interessant. Was? Das ist eine ganz normale Hauspflanze. Ja. Wann machst du daraus Medizin? Ähm. Was ist das? Ähm. Achso. Okay. Hast du dich gerade? Das kostet eine Klinge? Nö. Ich dachte, das wäre so ein Stopperdraht. Ein bisschen Pettersolperdraht. Ich mag nicht durch den Folgen gehen. Ich muss vorhin durch rote Folgen gehen. Das war gruseliger. Weil die Farbe rot drin war. Ja. Blaue Folgen sind normal. Aber bei dir war keine Katzen dazwischen. Was soll das denn? Das ist ein blaues Kleid. Das ist ein Mannekön. Oder ist das... Die auf dem Bilddorf. Ist es goldschwarz oder... Was? Was? Ist es goldschwarz oder blauweiß? Das Kleid. Dieses Bild, was man in einer bestimmten Belichtung immer anders sieht. Warum habe ich das jetzt aufgenommen? Keine Ahnung. Ist es... In einer bestimmten Belichtung immer anders sieht. Das ist sehr teuer aussehenden Heißkett ist ein großer Edelstein eingearbeitet. Warum hast du das jetzt auch gesammelt? Wenn nichts zu teuer ist. Keine Ahnung. Bis jetzt nie. Ah, okay. Was denn? Ich muss das Bild nachstellen. Okay. Habe ich schon gecheckt. Obwohl diese Blumen wunderschön sind, ist irgendetwas seltsam an ihnen. Du hast das Gefühl, dass du bei den Dornen besonders vorsichtig sein solltest. Ja. Dornröschen. Oder Dornhöschen. Flop. Flop. Und... Und... Dornröschen. Finde aber die Arme. Wie langsam trist du das bitte? Ähm... Was du? Bitte nichts. Bitte nichts... Ich habe Angst vor dem, was jetzt passieren könnte. sie musst du dir schauen was ist das die kamera ist ganz schön alt muss was bedeuten nein nicht die ja ja oder schauen wir nochmal nach ja und machen wir mal ein foto stellen oder warte vielleicht muss ich ja für ein foto nachstellen ja muss ich fokus war nicht ganz die puppe hat sich bewegt ja was ist da gerade ist das bild gehuscht das war ein blaues kleid ja es war bei gewünscht ist ich weiß richtig dass du kannst weitergehen ich will die halskette haben schau bitte nicht zurück wahrscheinlich ist es wieder weg da steht was in der wand wer denkt sich denn sowas aus das dort ist das bild er muss man auch als glory das nachglühen afterglow ok nein schau nicht zurück verdammt danke sie tickt aber das händel bewegt sich nicht ich sag doch dieses zweck verdammt ich bin eingesperrt verdammt da steht was mit vorgotten innoßen zu was innoßen zu später nein innocent gift ok das unschuldige geschenk steht aber vor gotten ich habe aber die blutschrift davon ok und fast zurück appreciates der art würdige die kunst oder artikel aus der crimson post weiteren weitere enthauptete person leichen gefunden laut kcpd wurde heute morgen die leiche einer frau im crimson city park gefunden das ich wollte grad objekt sagen braun sind keine objekte das opfer wurde als emily lewis identifiziert eine aufstrebende junge schauspielerin die auch als model arbeitete hat die kratz blaue kleid an was die hat das blaue kleid an kreid ihr kopf wurde noch nicht gefunden doch nach untersuchungen der persönlichen gegenstände am fundort am fundort war eine zweifelsfreie identifizierung möglich man kann es auch manipulieren es handelt sich hierbei um die den neuesten einer reihe bisher ungelöster ungelöster mordfälle ähnlicher art lieutenant james van kirk von der mordkommission des kcpd gab eine pressekonferenz auf der er unsere schlimmsten befürchtungen bestätigte dass crimson city das jagdrevy eines serienmörders ist emilys langjähriger freund und fotograf stefano valentini somit wissen wir jetzt werde von valentini nicht martini war von der nachricht tief getroffen es ist schrecklich was meinem begnadeten model zugestoßen ist wenigstens konnte ich noch ihre seele für immer festhalten bevor sie zerstört wurde als mein vermutung jetzt ist der typ war ja mal polizist bei der kcp die immer noch ungeklärt und dass er irgendwie als sergeant oder sowas verwickelt war und stefano der fotograf dessen auf ihn sauer ist und die wird das nehmen was ihnen kostbar ist klingt plausibel danke er verbruselig aus gehe weiter die kunst würdigen wenn es mich weiter bringt spiele ich deine spielchen würde wie die kunst was auch alle bilder angeschaut ich konnte nur das erste anschauen ok was was neues äh das ist lilly der kerl spielt mit mir echt jetzt willst du wirklich so der klopf von der tür nein willst du nicht es recht nicht wenn sie gut verschmiert ist irgendetwas ist gegen die die obere kante der tür geknallt ich hab's gegen die mittlere kanzler ich hab's gegen die mittlere kanzler wirklich so ist die tüte verschoben vorhin ich höre die musik wieder hey ein bild von einer tür das ist eine so sehr schöne tür das ist herr weg in der tür immer jung ist das mein wer tot festgehalten auf silber nitrat wie eine duge in den bernstein wunderschön silber nitrat das ist dieses schönes bei den fotokameras bei den alten macht ich auch mal kurz einen gruseligen jumpscare was das silbernitrat ist das was bei den alten kameras ich weiß ja auch für den film oder ne ähm du hast ja mal so bei den alten kameras ich weiß das licht zurückhalten das was heute die softboxen machen genau schon wieder ich glaube du wirst hier nicht kämpfen müssen weißt du ja was ist das das ist ein das ist gruselig du das ist Students freundes ausstellungsstück aber wenn er nicht schon tot war vor von dort runtergeworfen wurde wird das spät ist es dann sein wenn er irgendwann auf schlägt ja ich kann so ich weiß dreh mal um schade weiter jemals unten ankommt aber wasser der form ist in der filmrolle unter dem buchlack der filmrolle ich sehe da etwas ja waffenteile wie es aussieht oder ein kraut du kannst was untersuchen ist so ein kleines flaschen doch das ist so eine leere filmdose ja und was lag weiter oben auf dem tisch 3 filmrollen immer so viel sammelt hast du kannst das untersuchen in dem raum was die zurück weiter zurück in den raum mit dem foto links hast recht übersehen ich habe jetzt nicht so auf die umgebung geachtet ich habe eigentlich auf das foto das war dem worte ist eingezeigt dass du extrem kannst noch immer so viel kämpfen muss und wenn das nicht erstmal normal handpistole das ist eine softbox da musst du hin also drückst du erst mal um ist das tefano das ist der kameramann das ist aber schöne kunst ich sollte kurz würdigen deswegen gehe ich tut uns gerade tornten ja guter schon wieder dieses leicht sind wir das ich weiße nicht aber irgendwas hat es auch mit dem hotel auf sich ähm was ist das bacon hotel nur immer speck serviert wird nach oben hast du nicht hatten gesehen ich schon vor dir ja wahrscheinlich meine schau zum boot ich habe den wecker ausgeschalten eine recht schrumpf backen der gruppe manneken poppe das ist der kopf von der von dem model seit wann können manneken bluten ich weiß was los mit dem kerl was die macht das pfeifen aus das ist nicht von mir ich weiß wo da kommst du doch ich kann mich auf jeden fall nicht laufen ich kann nicht laufen was du meinst du bist ja zurück ja ich dachte dass mich das trocken bis zum stuhl dann war ich gut oder der war auch schon selber tablitz serviert und durch nur hier ist denn sie kriegen neuen gegner präsentiert was sind das für dinge doch das ist alle nackt geh einfach mal durch also auf jeden fall sie bluten ich musste ein kaputt machen weißt du was gerade auffällt einige die sind alle so positioniert wie einige die meisten ein opfer das war genau an ich hoffe mal genau an wie der west so wie der erste mal gesehen haben fast muss halt dass das steht das ist schon mal wieder echt gesellschaft ich mache die lieber jetzt mal kaputt bevor sie dann wirklich zum leben erwarten das habe ich jetzt eher weniger du hast echt angst oder ja ich habe keine lust munitionsverstanden anstatt mal dorthin wo alle hinschauen ich glaube ich dass das gegner sind die tür das ist keine tür das ist ein leinwand da ist eine tür und da ist eine notiz und da ist ein zettel handschriftliche notiz auf einer ausgefallenen karte steht in unordentlicher schrift zu schön um ungesehen auf der straße zu verrotten ich musste sie einfach ausstellen ich wünschte ich könnte auch den ruhm ernten aber es ist gut zu wissen dass es hier weitere künstler außer mir gibt umgehen vielleicht mal sowas wie viel zeit haben wir noch und ich will aber die ganzen typen töten ich habe so ein gefühl dass da irgendwas bestimmt passiert alter das wird ewig dauern ich brauche sechs schläge ja das ist nicht mal die hälfte und er hat gesagt ich soll die kunstwürdigen ja würdigen nicht zerstören das ist meine art zu würdigen weil du uns würdig bist jetzt geh einfach weiter was da stand doch irgendwas mit kapitel 5 dass man da irgendwas machen muss scheiße stimmt warte mal ganz kurz hör mal auf hör mal auf schau mal jemand genauer da kannst du mich so hinstellen dass das was seltsames ergibt der schatten das ist ja meine kamera mein licht ja das ist mir nicht mehr schon bewusst der zwei hände hat mehrere hände ich habe nicht gemerkt dass sie alle leicht deformiert sind die sind alle leicht deformiert ich habe da was gesehen geh nicht durch die durch aber was sagt denn die rein das spielst du dann einfach vor im video oder bei der schulter hier muss langweilig sein du machst es jetzt schon seit ungefähr sechs oder sieben minuten ja ich weiß dass vor einer tür noch einer ist trifft doch wenigstens so habe ich jetzt alle außer den einen hast du das ist ein stativ das war für die kotz alter 40 40 ok ich werde auf irgendwas vorbereitet ich nehme die spritze aber nicht jetzt und damit machen wir im nächsten part ja bis dann bis dann tschau